Hallo, sei gegrüßt. Ja, es ist wieder soweit. Du hast etwas zu sagen. Der Workshop gibt es wieder jetzt im Frühjahr zwei Termine. Du hast etwas zu sagen. Einfacher und leichter vor Menschen sprechen und oder in die Kamera sprechen. Ja, Ängste in Freude tauschen, die Technik dahinter, die Psychologie dahinter, die Typologie dahinter. All das in dem Workshop. Du hast etwas zu sagen. Schau auf die Internetseite. Da sind die Termine für den offenen Workshop. Und wenn du diesen Workshop in deinen Räumlichkeiten haben möchtest, für deine Mitarbeiter, dann schreib mich einfach an. Bis dahin, dein Jens Faber-Neuling.